Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal den Bus Simulator 18, denn ich bin zu arm um den Bus Simulator, also den neuesten Bus Simulator zollen. Hier steht einfach fahre die bestehende Strecke bei Nacht, also diese Strecke hier sollen wir anscheinend bei Nacht fahren. Geht hier auch nur fünf Minuten? Nacht, 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 so. Schnellstart aus, umgekehrte Strecke aus, Rundfahrt aus, aber dann müssen wir die fahre die bestehende Strecke bei Nacht. Okay man, wie soll die nur Nacht fahren? Aus, Nacht, realistisch. Und dann können wir auch direkt loslegen mit dem Bus fahren. Ich fahre natürlich mit einem Lenkrad, dementsprechend könnten wir jetzt ein bisschen zu Unfälle kommen, aber das ist ja nicht so slim. So, erstmal kurz die Dings hier, Lumpet an, Entzündung an, Licht hinten an, Tür zu machen, das hier aus und dann geht's auch los. Ah, Licht an, und los geht's mit dem Bus. So, wir fahren mit dem Mercedes, also mit dem Nächster Halt, Astra Promenade. Äh, Anfangsbus, glaube ich sogar, ne? So, dann steigen sie mal ein. War das ein Geist? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Du brauchst mehrere Fahrkarten, okay. So, Fahrkarten. Woche, Linie, zwei. So, zwei Cent. Der zwei Cent war schon zwei Euro, kriegen die zurück. So, dann machen wir das hier immer wieder zu. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin ja müde. Ja, logisch. Nächster Halt, Sennermann Forschungszentrum. Auf, zum, zur nächsten Haltstelle. Ich kann ja mal ein bisschen helleres Licht umnehmen. So. Ah, mit dem Lenkrad fahre ich recht gut, eigentlich. So, wenn ich gleich geblitz werde, kann ich nichts finden. Nächster Halt, Sennermann Forschungszentrum. So, einer Bremse. Oh! Perfekt gepackt. Ja, dafür bin ich bekannt. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, Junge, könnt ihr euch nicht eine? Wie geht's so, Junge? Da gibt's doch Automaten. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Wann sie sehen, ob das... Wann sie, ich sag. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Dann kontrollieren wir doch erstmal. Was? Äh, was? Ein bisschen mehr Geld verdienen. Ach so, hier. Ja, du hast ja gerade gekauft. Ach so, hier. Schade. Kein Schwarzfahrer. Das ist schade, das ist schade. Ich wollte gerade das helle Licht anmachen, sonst kommen die doch scheiße. Nächster Halt, Nordspeichel. So. Da kommt was. Ich fahre einfach drüber. Das Licht ist ein bisschen selb. Aber ich muss natürlich auch was sehen. Ja, wir sind angekommen. Danke, dass wir so pünktlich sind. Bitte sehr. Ja. Ich bin immer pünktlich. Die blockieren die Tür. Moment. Wo ist meine Fahrkarte, bitte? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich können sie eine Fahrkarte. Äh, ein Ticket bekommen. Wenn er jetzt die Tür blockiert war, hör mal. Ich mache Abflug hier. Alte Oma. Geht von der scheiß Tür weg. Mittlerweile sollte jeder Mensch wissen, dass man nicht an einer Tür stehen bleibt. Zum Glück ist bald Sonntag. So. Nächster Halt, Südspeichel. Oh, diese Bodenwellen. Ich glaube, ich mache das bald aus, ey. Kann im Spiel nämlich diese Bodenwellen ausmachen und diese Blitzer. Wäre, glaube ich, für meinen Fahrstil angepackt. Warum sind die eigentlich alle Hallestellen an einer Stelle geklatscht? Nächster Halt, Südspeichel. Südspeichel. Brems! Genau pünktlich. Genau pünktlich, ja. Zehn Sekunden zu früh, aber okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Kauf dir welche an einem Automaten. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, danke. Was? So. Oh. Muss natürlich auch den Gang reinmachen. Nächster Halt, Stockerplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, ba da ba du. Wir sind fast da. Da sind wir fast da. Du, 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 du. Fahre schneller. Fahre schneller. Fahre schneller. Ich muss mal ganz schnell. Ich glaube, ich habe gerade einen UFO gesehen. Ja, UFOs gibt es natürlich auch. Wurde offiziell gespeichert ist hier. Nächster Halt. Stockerplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Adios Amigos, verpisst euch hier aus meinem scheiß Bus. Hat mich sehr nicht gefreut, dass ich ihn... äh... ...hingebracht habe. So. Tür mir wieder zu. Und einmal auf Ende drücken. So. Ja gut. Also... 28k verdient. Jo. Schmeckt auf jeden Fall. Direkt Level 2. Was willst du mehr? Okay. So, dann müsste ich jetzt diese Aufgabe. Ja. Okay, dann sollen wir jetzt den Bus lackieren. Ja gut. Verarbeiten. So. Jetzt. Oh. Sieht so aus wie so eine... ...Kuh. Machen wir den Bus mal... ...wer hier weiß. Äh... ...und der bleibt... ...und der bleibt so. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. So. Ja, anwenden. Muss ich hier mal Geld ausgeben, ey. Mensch, Mensch, Mensch. So, neue Strecke erstellen. Neue Strecke. Ja, dann fahren wir... Och, Junge. Fangen wir hier an. Zack. Ne. So. Zack. 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 Ne, das ist scheiße. Zack. 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 Speichern. So. So. Fahre die neue Strecke. Ja, gut. Das machen wir doch mal. Bestehende Strecke erweitern. Fahrrad die erweiterte Strecke. Ja, das können wir ja in der nächsten Folge machen, weil... ...dit schaffen wir jetzt nicht mehr... ...in diesem Video. ...aber man hat ja mehrere Tage, g? So, einmal wieder die Türen hier öffnen. Hallo. Türen offen, bitte, please. Danke sehr. So, und dann entsperren wir einmal auch diese Türen. Heute ist es auch mal Tag. Das wieder aus, das an. Das ist auch ein. Raus. Zack, zack, zack. Let's go. Tor aufgehen. So. Und dann fahren wir auch schon los mit meinem Scheißbus. So. Hier komme ich, bleiben Sie stehen. Okay. Perfekt. Ich hoffe mal, dass dieses Video für Leute auch 13 Uhr online ist für euch. Heute ist so ein schöner Tag. Warum stehen die da, wenn kein Besuch ist? Junge, dass sie immer so stark bremsen dann auf einmal. Geht's doch nicht, LKW. Fahr mal schön um die Kurve hier. Hier ist irgendwo ein Blitzer. Ich weiß das. Hier ist irgendwo ein Blitzer. Das sollte man nicht so nah an der Park hier kommen. Ist doch irgendwo ein Blitzer gewesen, oder? Hä? Also hier war eigentlich immer ein Blitzer. So, wir gehen gerade aus dem Astrapark raus. Eine Autobahnseite. Das gibt es hier im Spiel. Eine Autobahn. So, jetzt sind wir wieder im Astrapark. Perfekt, genau. Ich bin eine Sekunde aus dem Astrapark gewesen. Oh, nee, jetzt bin ich wieder drinnen, Junge. Was ist denn das? Ah, da sehe ich ein Blitzer. Ja, wie gut, dass ich fahre. Hier ist ein Blitzer. Jetzt. Hätte ich jetzt so gelacht, hätte ich jetzt... Äh, wäre ich jetzt einmal auf dem Astrapark. So, einmal bremsen. Wer irgendeiner von euch will ein Ticket? Eine Fahrkarte, bitte. Willst du mich eigentlich verarschen? Die wollte mich verarschen. Danke. Nee. Ich sag nicht, ich bin... Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du kriegst ja. Aber die Frau nicht. Danke. Die Idee sehr. So. Bleiben Sie bitte stehen. Ich muss hier durch. Ah, wird schon weiter. Oh, yeah. Coole Musik auf jeden Fall. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Ja, kann er ruhig. In meinem Bus darf man das. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Er ist Stefan. Diese Musik ist irgendwann anders. Ne, ich fahre gerne so schnell, Kollege da hinten, kannst du gleich auf dem Bus aussteigen. Bleib da mitten in der wir stehen, nur weil ich schon wieder so schnell fahre. Anstatt hier einfach weiter fahren, nee, wollen wir den Unfall noch machen. Wow, er hat die Musse ausgemacht. Guck mal, muss nicht ausstehen, so wie das Spiel das gilt. 23, fast 30 Sekunden. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, du kannst natürlich Geld in meine Taschen, habe ich natürlich gerne. Danke. So bitte, ja. Ja, du hast definitiv keine. Na klar. Na klar, hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch? Was? Sieh, ich hab hier, ich hab hierlich, esomi, es frag immer reich, es reicht, es reinh ifn, es ss, es urs, es irs, es reicht langsam. Ne. Ich könnt Stunden noch reichen machen. Rücks … Da halte mal die Tür nur mehr Sie mal ... Bleib stehn! Nächster Halt, Südspeichel. Südspeichel. Wir kommen in die Südspeichel. Die Südspeichel. Da fahre ich jetzt hin. Die Südspeichel. Nächster Halt, Südspeichel. Wow! Perfekt geparkt! Dafür bin ich immer auch gekommen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein! Du bekommst keine Fahrkarte. Was war das eigentlich? Vom scheiß Automaten! Geist! Ich lass hier wieder in diesem scheiß Ding eingehen. Was für ein Ross. Mensch Mensch Mensch. Zu faul eben mal ein Ticket zu holen. Nächster Halt, Südspeichel. Südspeichel. Oder fährt er einfach wenn ich hier gerade reinfahre? Was ist das? Nächster Halt, Südspeichel. Nächster Halt, Südspeichel. Nächster Halt, Südspeichel. Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein. Er ist schon wieder krank. So. Ja, man sieht hier nichts bei dir. Danke. Bitte sehr. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So. Jetzt stell Bremse wieder raus. Und rein da in die Ölka. Du bleibst stehen. Nächster Halt, Nordspeichel. Nordspeichel. Oder wie viele Speicheln gibt es denn hier? Blinken sie schön nach rechts. Ja, das machen sie sehr gut. Oder links? Ja, es ist doch links. Ich meinte links. Ich glaube, meine Fahrt wird jetzt abgelaufen. Ja, man. Oh, der macht immer so gut. Oh, ist das ein Blitzer? Gut, dass ich... Da. Bremsen. Die sind zu früh, aber egal. Das war Millimeter. Das war grad echt Millimeter. Der ist fast nie reingefahren. Der war fast ne Strafik. Haben sie da hinten grad genießt, dann steigen sie aus. Corona. Nächster Halt, Nordspeichel. Können sie bitte die Rampel runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. Äh, nee, du bleibst jetzt noch in so einem... Parken in Perfektion. Kann ich gar nicht machen. Tschüss. Ich überlege mir einen Hund abzuschaffen. Wiedersehen. Kommt. Also... Oh, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich... Das wäre jetzt einfach Wunderheit. Ich würde von euch hier so einen Schocken. Na klar. Hier. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Äh, was? Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein... Ah, das hier ist die Rampel. So. Kann ich dir auch mal mehr... Schuss. 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 Warum haben sie mich nicht aussteigen lassen? Äh, weil... ein paar Meter weiter... hier rechts eine Haldestelle kommt, wo man Ausdauberstelle kommt. Nächster Halt. Ossenspeicher. Hier. Hier können sie Ausdauberstelle bringen. Warte, was ist das für ein Problem? Tschüss. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten mit. Hast du mich mal ausreden lassen? Kannst du echt mal die Aussicht am Hafen ansehen? Danke. Jetzt pack ich mir nach von der Anderung. Ja. Habe ich dich dann rausladen? Wieso? Ich weiß nicht. Ich kann mich doch nicht sehen. Ja? Nächster Halt. Ich gehe nicht mehr zur Forschung. Das war echt total Spaß. Redenrad. Ich werde da wieder mitten im Weh stehen, Alter. Oh. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Die Wiederholung von Staffel 15 vom Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Woher ist eine Oma? Da war so eine Oma rechts. FDFD. Brems. Da ist LKW. Ah. Ja, nochmal geklappt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Halt die Fresse hin. Du bist fast ein Minuten zu früh, Alter. Halt die Fresse hin. Halt die Fresse hin. Halt die Fresse hin. Nein, nein, ich schwacke hin. Das ist gut. Nein, das mach ich natürlich nicht. Aber er soll trotzdem bleiben. Jetzt bleiben doch mal Männer auf der Straße stehen hier. In welcher Stadt bin ich? Moin, sieben, moin, sieben, moin. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Oh, er hat doch gedacht, warum... Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Hier, 15 Sekunden. Du bist eher wie so ein langweiliger NPC. Ich brauche eine Fahrkarte. Junge, ich meinte Frau, ich rede gerade. Jetzt verticke ich ihn doch nicht. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Na, guck mal, nö. Danke. Nächster Halt, Astra-Promenade. Astra-Promenade. Und dann sind wir auch... Angekommen, steigen Sie gerade raus. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Nein. Willkommen keiner. Danke. Ne, eine Fahrkarte. Ja, mal. Gib dir gleich Fahrkarte. Steigen Sie, ne? Habe ich Ihnen schon gezahlt? Habe ich Ihnen schon gezahlt? Habe ich Ihnen schon gezahlt? Nein. Klar. Na klar. Guck. Hier. Warum gibt es denn keine? Ich will 120 Euro verbinden. Wo hab ich da? Na klar. Na klar. Hier. Bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Ja. Komm, komm. Genau. Einer fährt hier Schwarten. Ha, die stehen da im Stau. Hab ich den Herd ausgemacht? Da hast du jetzt eine Erkommission. Nächster Halt. Trennensplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, Badabadu. Wir kommen an der Endstation. De, 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 de. Wieder alles in Blitzer. De, 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 de. Da war gerade ein Blitzer. Eigentlich darf man nur 60 fahren. Also angenommen, ich würde jetzt 20 km zu schnell fahren. Bin ich doch mal. Ja. Ja. Ja, dann fährt er gleich. Ja. Ja. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ja, und ich kann es kaum erwarten, dass sie endlich so draußen sind. Ja. Perfekt geparkt. Ja. Am Ende parke ich immer besser. Bis dann. 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 nenne ich doch mal gut und diese beiden sachen machen wir in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat was doch mal gerne leiden abo und kommentare würde mich auf jeden fall sehr freuen und auch zu porten macht mich einfach mal glücklich und wir sehen uns im nächsten video wieder